Heute herzlich willkommen zu einem neuen video wieder auf meinem kanal diesmal ist Was dumm kill at you dabei Ach du Scheiße Das kann doch was werden Ja ich suche gerade immer noch den nemmen Ein zuschauer Keine Ahnung Bruh Die Schuhe haben wir überhaupt 15 Jahre Ist es okay wenn ein Freund und ein Viertel nachkommt Alles Okidoki Macaroni Ich muss kurz was suchen Mapcode 1508 Okay warte Hauptsache es ist nicht nur Sock hat die Meck gefunden 5 Wartung Hrn Hrn Unterstrich Yoshi Allerschönen Tschüss Mein Auge Tut Ok Ist das Momo? Nicht starten Weil ich bin jetzt Nein nein es ist nicht Momo Ich bin jetzt kurz Zweck ok Ich komme online ok Bis gleich Was ist das? Ich bin jetzt schon Angst Digga Was ist das? Fisch Wir machen einfach eine Is das ein Gute bis Mai Wir machen Däuer Ich bin wieder da. Okay, bist du noch da? Ja, Mann. Warte mal. You wanna spectate your friend? Play the map? Okay, na, das ist ein spectating. Komm. Warte mal. Nicht auf der Knochtruppe. Warum? Ja, weil man es gekämpft ist. Geil. Finde ich ganz geil. Oh, keine Taschenlampe, Dinger. Auch sexy Basis. Boah, was ist das, Junge? Scheiße. Ich werde schon Angst. Hallo, Mama, wo bist du? Ey, wer ist das? Bist du das? Ja. Hände hoch. Alter, ich sehe auch so wie schwarz. Warte, 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 warte. Wir pouren ein bisschen Licht. Ja, ein bisschen Licht. Nee, nee, ich habe wirklich ein bisschen Licht. Wo ist das? Oder hier ist ein Rauch. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ja, also, der wird nur noch nicht zu wenig. Aber... Ja, man kann hoch. Nein, ich habe Zweck gehabt. Man kann, man kann da hochgehen. Also da drinnen. Hier. Schön, Stille. Hier. Oh, warte, das ist ein Eingang. Für die, die erst hier abends gucken. Der, geil. Äh, irgendwas war das gerade. Ey, da war kein irgendwas mit roten Augen. Ich wusste. Da ist irgendwas. Komm, einfach. Digga, was ist das? Ja, Mann. Wo bist du? Digga. Ey, da bist du. Alter. Nur, das mach einfach Angst. Ich bin oben. Ja, da geht's nicht hin. Doch, hier sind Feuersterben. Doch, hier geht's runter. Äh, ich will nur noch knaxen. Ey, komm mal her. Ich will nur noch knaxen. Ich glaube, wir müssen gerade auch so mich hier. Ey, Junge, ich höre uns. Was ist das? Ey, feier, open up. Ey, feier, open up. Äh, Junge. Dein Kopf ist einfach schwarz. Ach, das wird auch auf den Boden legen. Äh, schnell raus hier. Ja, du, ich will diesen Raum noch gut erforschen, Digga. Digga. Vielleicht gibt's hier so einen geheimen Raum. Komm, komm. Wo Moro drin schläft oder so. Äh, Junge. Bin ich, Alter. Ich bin hier gerade den irren Keller, sein Ungroßvater. Dann können wir gehen weiter jetzt gerade aufhören. Äh. Digga, ich bin runtergeflungen. Ja, komm, komm, du musst dich. Also, die Diskussion. Völkern, einfach. Warum soll ich mal vorgehen? Ja, weil, du bist ein Mädchen. Und Mädchen müssen immer vorgehen. Du bist auch Mädchen. Nein, ich bin ein Fußballer Mädchen. Ich hab Schiss. Ähm, kannst du öffentlich machen? Ja, warte. Oder warte ich, lass kurz Joschi ein und dann, ich muss wieder, ähm, hier geht's, weil nicht weiter. Digga, was ist das? Oh nein. Nein, nee, gar nicht weiter. Doch, 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 da musst du jetzt rein. Ich gebe Rückendeckung, ich gebe Rückendeckung. Ah, ist gut, ich gebe dir schon Rückendeckung. Na, wo geht's denn Mann, bitte? Äh, wie einiger. Hey, wir sind schon wieder am Anfang. Und das soll noch ein Robux sein. Ähm. Okay, alles gut. Digga. Von dieser Musik, die ist so dumm. Oh, ich hab den Weg gefunden. Wo bist du? Komm wieder ganz zum Anfang. Ähm. Du musst hier runter. Wo bist du? Ah, ah, ah. Komm. Du willst da rein, ey. Ey, ich hab gar kein Bock. Nein. Scheiße. Du gehst als erstes, du leuchtest schön. Hier ist anscheinend nichts. Ja, hier ist nochmal ein Gitter. Sonst seh ich diesen Nemo immer, gell. Ich kenn's bestimmt auch diesen Nemo. Okay, okay, oh, 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 das ist der Other Side of the Street. Okay, das hier, das ist richtig, die den Weg. Oh Mann, ich hab keinen Bock, da lang zu gehen. Nein, nein, nein. Ich geh da nicht lang. Junge, da ist alles wie eine schwarze Straße. Und das ist einfach so ein Zaubermann drüber gehen muss. Scheiße. So, jetzt hab ich mehr Licht. Hi, moin, servus. Wo sind die Momo? Oh, Scheiße. Was, wie ist das so raus? Äh, da geh ich aber in die Schrank legen. Ich hab geklingelt. Erste, jetzt? Ja. Okay, es ist verschlossen. Ich muss nach dem Fenster gucken. Oh Mann. Hi. Woher los ist die nicht? Hä? Scheiße. Was war das? Weiß es nicht. Guckst du jetzt zu? Nein. Ja, dann gehen wir wieder den Weg. Hier ist safe. Ja, Digger, ich weiß auf jeden Fall, die sind weg. Nein, die Wand ist einfach wieder zu. Lange, lang, lang. Leuchte, ich dachte, der Klitsch kriegt uns mehr ist hier drin. Alter. Ah, jetzt hier. Jetzt bin ich viel gruseliger als Momo. Digga, wo bist du? Du musst den Weg wieder folgen, da war es im Haushalt. Digga, ich weiß doch, diesen Weg nicht mehr. Ernsthaft? Ja. Warte, ich brauche mich kurz. Digga, der Weg ist so gruselig. Ja, also. Ey, ich hör was, ich hör was. Ach, geil. Du bist so gruselig. Warte, ich würde noch mal mein Finsternis geben. Und das ist Raven. Der ist auch Finsternis. Digga. Okay, jetzt müssen wir wieder mal nach. Digga, da muss ich überhaupt vorgehen. Weil du der Ehremann bist. Oh nein, nein. Nein. Okay, wohin müssen wir jetzt gleich? Nicht erschrecken, wenn ihr was mit roten Augen bietet. Dann bin ich dran. Dann müssen wir weg. Ich habe mich voll wieder erschrocken. Wir müssen hier warten. Los, 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 los. Okay, jetzt müssen wir hier weitergehen. Oh nein, ich bin da schon wieder. Scheiße, ich bin da eben nicht beigetreten. Also, was machen wir hier? Wir sind knapp. Wir sind tot, was wir machen. Ich mache nicht, weil es mein eigenes Ding nicht ist. Hallo? Hallo? Ah! Oh mein Gott, scheiße. Ja, wo sind wir? Nee, 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 nee. Dann! Run. Scheiße! Das ist nicht geblankt. Ich habe es überlebt. Äh, Mama. Ja, ich habe es überlebt. Okay, ich habe es ein Checkpoint. Ein Checkpoint. Und das ist ein Label. Ich sehe gar nichts. Ja, ich muss wieder einfach dort rinkommen. Bei mir ist irgendwas. Bei mir ist ein Ravenpool. Mit roten Augen. Ich glaube, das hier ist Momo. Ey, ich weiß den Weg wieder nicht. Ach, Junge, ich kann mich nicht bespornen. Wollen wir eine andere Woche machen? Ist die auch gruselig? Mh, geht. Wollen wir nicht. Ich bin weg. Zurück zum Zentrum, Digga. Alter, Junge. Dieser Knopf, der war ja krass. Alter, ich habe mich erschreckt, Junge. Warte mal, ich muss mal kurz meinen Vorhang runter machen. Weil der sonst ist ja gar nicht gruselig, Junge. Ich glaube, du hast meinen Skins gar nicht gesehen außer die Augen, oder? Digga, ich habe deinen Skins schon gesehen. Aber denge, komplett die roten Augen habe ich angeguckt. Und die haben mich angeguckt. Alter, dieses Türgeräusch. Das ist mein Sessen. Äh, Tür. Äh, ja, wusste ich doch. Ich mache den Vorhang, Junge. Erstmal Decke drüber. Ich kann mir leider keinen Vorhang leisten, weil ich habe noch nicht die 100 Abonnenten, Digga. Ja, also, ja, vielleicht irgendwann auch mal, bestimmt irgendwann mal eine Mille, ja, genau. Wenn ich mal eine Mille bekomme, Digga. Okay, aber ich fand so, dass die gruseligsten Map der Welt sein. Warte, 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 noch nicht reingehen, ja. Weil ich muss noch meinen Vorhang richten, Digga. Oh, natürlich, aber ich muss nicht eingeben. Danke. Ich möchte es wieder eingeben. Warum? Und das soll die gruseligste Map sein? Okay. Und wenn das die gruseligste Map ist, dann bin ich Alaba auf Alaba. Alter. Nur bei mir fällt gerade alles runter. Okay, let's go, let's go, let's go. Noch nicht reingehen, Junge. Ich habe erst mal gerade meinen Vorhang richtig rumgemacht, Digga. Jetzt fang, boy. Ich habe einen Stream nebenbei. Du bewegst dich gar nicht, du lässt einfach dahinten stehen. Ach so, jetzt. Ja, Mann. Na, 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 na. Okay. Die ist schon schon hier, ey. Oh, shit, Digga. Das ist scheiße, ey. Die Musik, Digga. Tschüss, Leute. Euer Crymax. Ihr geht vor. Dein Skin ist voll ausfällig. Ich weiß, deswegen soll ich auch hell sein. Man kann aber nicht richtig springen. Ey, nein, nein. Nein, ich habe da keine Sachen gebaut. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Was war das? Nein. 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 Oh nein. Nein. Ich gehe nicht mehr so weiter. Scheiße, ich habe mich erschrocken, Alter. Es gibt nicht mehr so einen Weg. Nein, ich bin nicht mehr so weiter. Ach so, war das nicht mehr. Halt die Tür. Das wird zu ausbegangen. Was war das denn gerade eben? Bei Frau Raffin darf man niederreingehen. Und ich gehe es. Hä? Was ist los? Ich bin teleportiert. In eine zweite Seite gehen. Ja, ich bin auch gegangen. In welche Richtung? Ja, nach da. Immer mal in der Nase lang. Immer der Nase lang von Luca. Dem kann man vertrauen. Digga, was hast du für ein Problem? Tschüss. Was? Ah, man wird mit dem teleportet. Ich glaube, man muss in die andere Richtung gehen, oder? Hä? Wo seid ihr da? Wo seid ihr da? Wo seid ihr da, Luca? Achtel mal. Ich bin wieder zu da bei dir. Hm, der. Komm doch hier hin zu mir. Das könnte doch sein, dass man... Der kann man nicht mehr lang. Der kommt in den Weg, wo ich bin. Das ist schon ganz interessant, die müssen. Ja, okay, jetzt darf man die Richtung. Ey, da kommt wieder dieses Momo-eklafte Scheiß-Face. Ja, da muss ich wieder teleportet. Warum lauten wir eigentlich nicht zu lange sein? Ähm, wurde eingestellt. Damit ich gruselige, das fängt. Ja, ne. Nach da bin ich schon gegangen, gell? Boah, der Scheiß, Junge. Jetzt bin ich alleine. Ein Horrorfilm darf man hier alleine sein. Das ist immer noch nicht, das ist immer noch nicht. Warte, ich komme jetzt. Geh nicht in die Tür, noch nicht in die Tür. Nee, ich. Das ist das Momo-eklafte Scheiß-Face. Ich bin ja gar nicht rein. Hi, Momo. Wie geht's dir? Ich bin hier. Scheiß, wo sind wir hier? Digger, ich bin hier, Mann. Scheiß, jetzt komm gleich. Das ist auch eine Paul-Berger, Mann. Ich glaube, es ist so weit zu stemmen. Ich glaube, dann kommt die gleich irgendwas. Und dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie ausbrechen. Da hinten, da hinten musst du gelangen. Äh, das ist hier doch schon das Momo-Gesicht, Alter. Ich sehe noch gar nichts, Alter. Okay. Ich glaube, das kann von hinten. Aber egal, egal, egal. Nein, da ist schon was. Was ist denn da? Okay, okay, okay. Ich hab's kapiert, Momo. Ich hab's kapiert. Du liebst mich. Ich weiß. Du bist meine Frau. Ich werde dir versprechen, du wirst meine Frau. Okay, so. Okay, so. Okay, so. Digga. Hier, rein, rein. Nein. Digga, sie lacht mich an. Wie so eine Paul-Bergerin. Alter, ich hab da kein Bock mehr. Nein. Komm, ihr zieht das durch, Digga. Äh, da oben ist das Haus. Was ist an der Decke? Also hier, außen. Hier oben an den Wänden. Hey, wo musst du hin? Wo musst du hin? Tüch, denn da. Ich bin hier. Da muss ich mal hin. Hör mal. Darf ich an die andere Tür? Nee. Warte mal. Da muss aber was sein. Ey, Junge, ich hab gar kein... Oder ihr müsst nur mal zurück, Digga. Nein. Komm, wir gehen jetzt... Also hier raus. Dann gehen wir einfach... Hör. So, da. Hä? Ich verstehe jetzt grad gar nicht. Oh! Alle Türen haben sich geöffnet. Hä? Ja, ihr habt eine Tür öffnet. Da ist was schlossen. Oh mein Gott, Momo war da drin gerade. Ich weiß, was hab's gesehen. Da ist auch Momo drin, Digga. Wir müssen hier. Hey, wir waren doch gerade hier. Alter. Junge, das ist ein Lapp, Alter. Digga. Mein Scheißfenster, Junge. Alter, Junge, ich hör mich doppelt. Vielleicht hat sich das was geöffnet. Ja, ihr habt sich das geöffnet. Oh, Digga. Oh, ich liebe dich. Ich geh da nicht rein. Ich liebe Momo. Ist einfach die Beste. Oder waren wir hier schon? Ja, wir waren hier schon. Ey. Momo, versteck dich doch nicht vor meinen besten Freunden. Ich hab dich doch auch gestern gesehen. War hier nicht ein Promo drin? Ja, da. Hat er sie hinten? Ja, ich hab's nicht. Oh, mein Gott. Nein. Warte, ich muss kurz öffnen. Warum, warum, warum? Wir kommen zu Weintrein. Geh da nicht rein. Du musst hier reinkommen. Was ist das für eine Melodie, Alter? Felix? Ist alles safe? Ich hab's nicht getroffen. Jetzt hat dich alles schon wieder... Ah! Alter. 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 Warum? Ey, ich hab da keinen Bock mehr. Ich hätte vielleicht mit dem Aufstieg gekommen. Ich schmeiß meinen Kopf mal weg. Nein. Nein. Wenigstens hab ich nur einen. Alter! Hilfe! Scheiße! Yoshi wird fäscherwicht, Digga. Eben. Ach, nein. Oha! Als ob. Hast du es geschafft? Also, wir können nicht mehr rauslaufen, yo. Servus, Yoshi. Servus, Yoshi. Hi. Wieso, wieso kommen wir nicht mehr auf? Was ist jetzt? Ich bin vertrafft. Ich glaub, Digga. Die Musik. Ich kling mich schon mal um. Ich will ihn nicht sehen. Ich will ihn nicht sehen. Ich hätte keine Lust. Scheiße. Komm aus den Ecken. Musik hat aufgehört. Musik hat aufgehört. Alter, schwere Junge. Ich bin grad von meinem Stuhl gefilmt. Warte, ich muss kurz meinen Stuhl aufheben. Warte mal. Ich muss kurz meinen Stuhl aufheben. Digga. Alter. Ich bin fast auf meine Babykassen geflogen. stopped at me. Ist krass. Ich ansprach. Ich war bloß in der Maasch. Mit der Maasch. Warte mal. Mann, dieser Chants gar mehr. Komm hier rein. das ist marshmallow mit marshmallow gepresst und ich bin alleine zu hause das macht halt noch gruselige ich bin fast von meinem fenster geflogen ich muss es bei dir ist gefangen ja stimmt Digga. Also wahrscheinlich. Hä? Naja wahrscheinlich. Oh mein Gott, die Hand! Ah! Ah! Digga! Nein! Geh weg! Niemand mag... Nein! Oh mein Gott! Alter! Äh... Bisschen gestorben oder was? Nein. Ey, habt ihr noch so ne Map, die gruselig ist? Ja. Okay, komm. Aber die war schon heftig, ne? Digga, die war richtig heftig von mir. Von mir kam auf einmal so ne Wand, Alter. Und dann kam Momo immer näher so... Die machen, äh... Die machen, äh... Das ist Person, Hocomab. Oh mein Gott. Das wäre... Äh... Ja, diese Map war... Ja, diese Map war richtig krank, Junge. Die war so... Und die davor war so... Der Tanz beschreibt schon die davor, die Map. Na,guck, ich darf sie es machen! Kommt her, komm. Kommt her, kommt dann her! Viel zu fast reden, ne? Huh! He Franklin, da gibt's Bisschen, god. Haha, hättest du jetzt da tot? okay leute alles gut wir werden nicht ja also hoffe ich zumindest also im horrorfilm stellen die ja auch nicht alle gleichzeitig aber nacheinander ich dachte oh mein gott ja ich bin auch tausend meter guck mal mein gleiter an oh mein gott soll ich dir was sagen ich bin auf dem boden leute guck mal meine flügel an leute ich komme mal kurz zu euch oh mein gott alter das ist ein deutsch der zählte deutscher-deutschen worden ich dachte das war ich bin der wir wollen die alle sind immer ich auch nun nun müssen wir sind ich sehe gar nicht mehr ich will ja ich auch hat ja auch ein klarer Stimmel und ja auch die noch bis dahinten das wird er in der Nähe ist ist scheiße und was ist das über ihre das außerhalb der märz er ist eigentlich hier also mal ja ich glaube ich weiß wenn das außerhalb der märz alles kann ich nicht die ganze Zeit haben muss nicht sein so gut ab haben noch ein paar wir spielen haupts hier schief ich komme jetzt die ist das wo wirst du denn hast du jetzt auch mehr freigemacht so klein warte ich muss euch ein kunststück vor stehen hier mein kunststück hier wer will mit mir spielen wer kann da mit mir spielen hier komm mit diesem tanz dann bist du in meinem verein ja mann er will mit mir spielen ja ok das ist jetzt immer mit first person ist sie mit first person ist sie gruselig ich bin auf dem weg ich bin auf dem weg du leuchtest ja übel ich habe gerade zum beobachten gewinnt starten gespielt starten gespielt starten gespielt starten gespielt starten gespielt alles 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 oder du bist einfach zu spät reingekommen ok oh nein ok horror map scheiße das ist ein bisschen mir schnitt er sollt man sich jetzt alle anderen sie haben das gehört ich habe was gehört ich habe was gehört ich habe das war noch das so wenn wir da reingehen der harten was heißt ich hasse wobei ich habe das mit mir liegen wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn wo bist du denn Bei mir steht nur noch Run! Bei mir gar nichts! Hä? Wo bleibt ihr? Alter, ich steh bei irgendeiner Map! Felix, wie bist du da lang gekommen? Da stand Enter Start! Bist du zur Tür gegangen? Oh shit, Junge! Ich bin in dieses Portal! Ja, ich auch! Ja, ich bin da auch, aber ich bin hier gespawnt! Ey, seht ihr mal markiertes? Warte mal, hä? Markiert mal alle was! Markiert mal kurz was! Ja, aber okay, da hinten seid ihr, ja? Warte! Hilf, wie geht's weiter? Hä? Wie geht's? Wie geht's? Hm? Wie geht's in hier weiter? Keine Ahnung, ich bin woanders gespawnt. Ich bin mal da ruhig an Schaff. Ja, wir waren im Nachschlag. Ja, wir waren im Nachschlag! Warte, wir waren im Nachschlag, Mann. Ja, wir waren im Nachschlag, Mann. Ja, wir waren im Nachschlag, Mann. Ja, das ist halt echt so. Junge, ich bin in dieses, äh... Okay, 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 bleib bei mir, bleib bei mir. Wir sind hier schrecklicher, Jungs. ich bin irgendwo in so einen raum gegangen und dann stand daran ich bin in dem labyrinth das ist nicht sicher das ist nicht sicher das ist doch nicht sicher leute ich bin nicht bei euch dran steht bei mir ja das war ich irgendein schalter aktiviert habe oh mein gott entdecke das haus wo bist du hin ich habe einfach die tür geöffnet diese tür öffne ich nie wieder in meinem ganzen leben ich will es angst der knoppen also schlüsseln ich bin in so einem raum drin guck mal hier bin ich ja da kommst du nicht mehr raus wenn du das ist zu gruselig ich kann einfach in so ein schacht reingehen das ist nicht das ist nicht das versteckte raum ich bin nein nein das ist nicht sicher das ist nicht sicher das ist nicht sicher du kannst es auch machen wo hast du den key scheiße wir haben jetzt erst gestartet okay ich bin in gefahr ich bin in gefahr ich bin in gefahr schlafen sie können sie mich in gefahr dieser raum alter ist überall säge ich muss mir erst mal sicher gehen dass ich dann hier auch wieder konnten also wo ich glaube ich nicht mehr ich erläutig bin spielschädler ich bin gerade an einer ich bin kurz spielschädler er hat ich muss euch und ist es nicht es ist doch zu 3 gestern man das ist doch scheiße ich will alles kehren also wenn ich ja ich höre schon irgendwas schade dass man nicht so durch klitschen kann ja okay ich sehe schon diese zone da nur wüsste ich nicht ja 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 leute 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 ihr müsst mir helfen digga wir sind schon am arsch der welt ich bin ich bin ich bin in so einem raum drin digga ich weiß nicht mehr was ich machen soll weil ich so angst habe ich habe so Schiss gell ich bin in diesem raum fünf kilometer gefolgt ja ich bin in diesem raum fünf kilometer gefolgt ja ich bin in diesem raum ich bin hier ich bin hier oder ich möchte nicht zuerst das ich bin ich bin ich bin das schüttel die Lass den Spaß beginnen für Telefonkampfen und die Städte Lass den Spaß guck mal da schon nichts machen was soll ich jetzt machen ich bin hier in Sumpf und doch nicht, du bist hier gar nicht bei uns. Digga. Geh mal runter. Oh, äh, entspann dich. Ich, ich, was? Ich hab's auch keinem gerückt von meinem. Oh! Freck, nicht doch nicht. Schlüssel. Ich bin hier grad mit hinten dran. Äh, the door front is locked. Vielleicht ist hier auch irgendwas. Was ich übersehen kann. Irgendwo hier muss der Schlüssel sein. Bist du draußen? Nein, ich bin tot. Ja, Digga, ich lebe noch. Wie ist weiter, komm raus. Wer lebt alles von euch noch? Komm, komm. Da, du hast die Feuerwehr. Wir können leider kein Team spielen, Digga. Wir sind viel zu viele. Nein. Ja, toll, Digga. Oh, mein Gott! Was ist denn? Zambis! 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 Alter Schwede. Alter, in was finde ich für einen Raum? Mama, alles ist gut. So, Mann. Jetzt kriegt ihr einen aus dem Maul, ihr kleinen Viecher. Mann, Alter. Scheiß Viecher. Okay. Okay, Team ist noch verfügbar. Nein, 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 wir können, wir sind zu viele. Team ist aber noch verfügbar. Es passt an uns. Ja, nein. Nein, ich stoppe, ich stoppe, ich stoppe, ich stoppe. Okay, nein, ich stoppe, ich stoppe. Ich stoppe, ich stoppe. Nee, wir bleiben jetzt am 1. Ich stoppe, ich stoppe. Ey, die Flügel sind verbrannt. Man leuchtet, halt nicht. Alter, verbrennt alles. Alter. Ah, bist du in mein Raum? wo ich alle haben ist beim gollum raum wo es mal anders und oben ist ein lieber zombie Ja, ich kann lieber Zwiebel, Digga. Ich wollte das auch sonst immer. No, but, oh, I will not let you escape. Zombies kommen. Ja, das sind die Zombies von mir, Digga. Nur, als ich mal Pfennig gespielt habe, wolltest du auch noch Teams besuchen. Ja, ne, 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 ja, doch, aber gerade. Ich bin am Livestream, deswegen. Hallo? Alter, von nix kommen die, Alter. Geh mal raus, geh raus, geh raus. Ja. Der macht mir 10er Schaden. Ach so, du bist da noch. Hast du was gefunden? Ja, okay, du bist der Boss. Ich hab's verstanden. Wo bist du? Ich bin raus und dann war das schon weg, da bin ich lang gegangen. Jetzt bin ich bei so nem Buch. Ah, da! Warte kurz. Alter, mein Auge. Also ich hab's da. Jaa, ich hab noch 10 HP, Digga. Wir sachen sie es Ne man, wir sind überall im Zombies von mir. Du bist du Felix? Ada! Digga... Moment. Wie du bist du die? Alter! 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 Oh mein Gott, Alter. Ähm, what the... Einmal durchfänden. Ja, hier ist ganz dunkel geworden. Alter! Hä, Leute? Fische? Ich hab nur noch Fische. Ach, die sind leer gegangen. Scheiße. Was? White is. Das sind die ganz toten Leute. Evil. Ah, ich hab's wieder noch geschoben! Was ist das? Was ist das? Scheiße, hier ist alles zu. Hey, was sollen wir jetzt machen? Ist halt echt so. Oh mein Gott, hier ist es noch! Was soll ich machen? Wir haben Kiwi, wir haben Schuss. Es kann irgendwo hin. Oh mein Gott! Was ist denn da? Alter! 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 Du weißt die, wie ich mich hier schrauben. Scheiße! Einmal sind die ganze kleine Füttensecke, Alter. Die einen. Alter! Ich dachte nur durch die haben wir aufgegangen. Ich dachte nur durch die haben wir aufgegangen. Scheiße! Ja, ich hab nur 35 HP. Ah! Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, was ist das? Ich habe ihn tot. Felix, es war schon mit dir. Dann wieder in der Tasche. Felix, wurdest du teleportiert und ich nicht? Ich habe ihn teleportiert. Ja, wo bist du dann? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin wieder hier! Achso, du hast doch einen Schuss. Das stimmt. Raus hier, Felix! Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Oh mein Gott! Ja! Was ist das schon wieder? Look at this dude! Wir müssen uns auf, Felix. Wir müssen immer links, immer links. Das ist so eine Labyrinth-Regel. Okay, wir müssen auch richtig weiter. Ich mach' das nicht. Okay, wir lassen uns auf, ich geh' weiter. Ja, zeigt euch das nicht. Das bringt einfach nichts. Nein, warte mal ein bisschen zusammen. Wenn du in das nicht willst, dann könnt ihr nicht den Weg wissen. entweder ihr seid nur 35 meter weg 28 meter ich bin hier ich glaube das ist ja schon richtig ok ja voller des Leids ich versteh einfach gar nichts mehr das ist schön dass du hier alles abrennen möchtest aber ein schuss ist ja ganz ok ok alter ich geh einfach durch oder was hör durch ich hab nur C4 grad bekommen das ist ja was ist ja ich bin ich bin krone ich bin in irgendeinem zu hause ich bin irgendwo bei home ja man alter junge das war zu krank zu krank ist den diga aber ich habe da muss auch mal denken digga ich hatte so schiss er ist das freund oder kursen das ist alles dann ist das passiert ja okay dieses mal schon erwartet man diesen tanz bekommen wer hat man diesen tanz bekommt jemand verkauft hat okay hat jeder von euch diesen tanz noch nicht starten mit dem von euch diesen einen tanz da wer hat gestartet ich hoffe ich kann sogar mal leistung gucken ich finde da muss man sich jetzt nicht so ja mann mama du musst mich abholen tanzen lernen ja heute sitzen wir auf den stüren nicht auf den tischen ok so was weiß ich noch was eins ist zwei nein 11 ok 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 ja wie heißen sie ist das das ist doch das ist doch das ist doch ja jetzt ist doch wir sind schon weg knallen ok und ein bisschen hier pausa saune spielen und jetzt machen wir das machen ok warte ich bin der beste schüler 1,6 ich empfehle, das nächste machen was? hallo, wie geht es Ihnen weiter? so, dass er uns nicht verendet danke aber ich habe euch eingeschlafen und what the fuck ernst wird es geht es genau ich habe eine münze geholt so wie kann man nicht weiter machen hier oben muss man sich jungen zu holen dann da wird es schon noch hoch um endlich ist es dieser wollte da wetten dass dieser wollte den starb in der schule da über das leben hier gibt es irgendwo ist ein geheimgang der ich höre es denn er kann immer da runter gehen Hallo, kannst du mal weitergehen? Ja, okay, dann müssen wir mal kurz den Posturaum wechseln. Warten Sie. Da warst du doch noch Horror mit, da ist ja nicht einfach nur ein Schuhraum. Nein, 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 das ist Beute, Junge. Oh mein Gott, ich muss gleich mal warten. Ja, schade, Digga. Äh, vielleicht... Vielleicht hat die Stille irgendwas damit zu tun, Digga, dass hier irgendwie so ein geheimer Raum ist oder so, keine Ahnung. Hey, Herr Henn, ich dachte, du wolltest den Onkel Lars. Was? Ich dachte, du wolltest den Onkel Lars. Ja, heute wäre ich. Ähm, nächste Woche Sonntag. Hi. Wann? Ich spiele das Schrott-Game. Mhm. Was wolltest du? Äh... Wie sieht denn unten meine Küche aus, mein Wohnzimmer aus? Ja, der ganz normal. Ganz normal, Luca, das ist sauber gewesen. Okay, ganz, ganz okay, fertig. Kannst du den Katzen gefüttert? Ja, natürlich. Komm mal raus. Was? Vorgestern. Ne, sag mal jetzt mal wirklich. Äh, keine Ahnung. Felix, kommst du raus? Luki, der ist aber auch sauber. Nein! Sag jetzt noch einmal nicht. Warum? Felix! Kommt jetzt alle raus? Äh, gleich. Ich geh' unten, aber mach' noch mal. Ich geh' unten, aber mach' noch mal. Verdamm braun. Braun, 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 braun. Weil wann hast du gestartet? Ich hab' nicht gestartet. Hast du gestartet? Ich bist bei Ehren los. Wom Start ist du alle. Okay, ich hab' nicht gestartet. Hey, Junge. Wo seid ihr drin? Wobei, ganz. Da bin ich, glaube ich. Der ist ein Bisnis. Ja, okay, ich kann zwar. Ey, Junge, ich bin schon wieder schwarz. er könnte bitte mir nicht bereit machen ja noch nicht noch nicht da jetzt könnt ihr starten ja ich muss beobachten sehr cool das kräfte zentrum sie ja ganz anders aus der ich sehe nicht einfach im kreativ zentrum kirsten ja ich habe sich gerade nur im kreativ zentrum gesehen ich bin ich So sag ich mal nichts, nix was 5 Arme hat. Okay, let's go! Nicht starten, nicht starten, bitte! Doch! Ich lach dich! Komm mal! Noch nicht starten! Noch nicht starten! Noch nicht starten! Ja, ich lach dich zu schlagen! Noch nicht starten! Noch nicht starten! Noch auf, wann die Kunden! Na! Neufig! Ich lach dich gerade am Start! Oh! Das ist natürlich sehr schön! das ist noch mal geiler aus der jahre man hat die stadt wenn du uns hörst mach mal spiel beenden nein der wird uns nicht warum da und sich hört er ist nicht spielkanal er kommt und da war ich aber dann machen wir noch mal diese Hörer der ist nicht der ist nicht im Kopen-Chat Mann sind noch nicht gekauft leger weißt du was ich dir was sagen ab heute kann ich gut klavier spielen nicht starten ich bin ich bin noch nicht das kann ich bin ich weiß aber dann guck mal zu das ist halt mit vielen die Stadion treffen ja ich frage gleich bei meinem Körper ob du raus darfst ja ich weiß halt nicht wegen weiß noch nicht darf ähm ja lass mal irgendwie ich hab irgendwie nicht so viel bock auf fliegen wollen wir was anderes machen was willst du denn draußen machen draußen keine Ahnung was weiß ich erster Eintritt von der Mapplanung richtig 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 krass also habe richtig Angst genau 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 es ist so dunkel ja da kann der Kanal habe ich nicht Angst ne look for another way into the house ok er öffnet einfach die Tür ja ja ich krieg kurz im Gruppenschein im Zentrum komischentrum beschern geliebte Basement ich dachte auch die Bananen Bananen tausend hier bist du du ich du 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 Ja. Hä? Oh fuck, es geht nicht. Warte, ich trage jetzt mit meinem Vater, ob ich mich mit dir auswählen kann. Auf den Westen geht's. Hey, ich hab die Banane eingesperrt. What the fuck? Oder ich muss diesen Kobold da hinten aktivieren. Milo, was stellst du dir von einer Drohne vor? Unter einer Drohne vor. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dafür habe ich das gemacht Um diesen Mr. Gary zu treffen Und um hier hoch zu kommen Zuerst habe ich nicht verstanden, was man machen muss, aber da muss heute richtig gut zuhören mit den Glocken dürfte nicht mehr viel sein hoffe ich zumindest macht den Sound noch mal kann man den ich muss mal kurz raus mit den Glocken 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 ich schwöre dieser Klitsch schon so krass jetzt habe ich den Klitsch ne egal egal ein Tag du ähm bist dann einfach schräg also so auf Kopf ach so den Klitsch kenn ich schon lass mal Holly da bin ich halt unterwegs Holly hat Schiss ey Yoshi wir kommen rein ich bin schon kleiner ist ungefähr ne ich hab mein Auto lass mich mal Ruhe Küfte lass mich in Ruhe Bruder lecker lecker Küfte mit Reis oh lecker Kill hab ich auch gesagt Küfte Spieß Küfte mit Reis ich hab ein Kill gemacht ich hab Müllkiss ich hab Müllkiss ich muss irgendwelche Munitionskisten oder normale Kisten gehören oh wir waren Gegner scheiße wir waren Gegner ich hab Chili gegessen mir kommen die nebenher mit mir ein wer hat ich werde nicht sterben ich werde nicht sterben ich sterbe ich bin hinter dir ich war zu waffe umrissen wie hast du dich so schnell gemacht erkennt ihr first person dann siehst du das wie im echten leben also diese sie sind ja ja 2 oder 1 mit mir. Hattet ihr schon die Season Epischen? Ja. Ja, natürlich. Ich hatte schon sieben. Ja, okay. Zwei so. Und, äh, drei. Der Kuh, der Kuh schwebt einfach in der Luft. Und dann halt ein paar Teams. Okay. Und, äh, natürlich schwebt der Kuh in der Luft. Guck, ich brauche das jetzt ab. Wie soll das denn wohl in der Luft spielen? Ich schaue euch drei Wochen, ne? Doch, vorne ist so, doch. Ja, aber... Lass mal irgendwie die Saure zu nehmen. Also, ich höre mich vier Milliarden Mal. Ja, ich mich auch. Ja. Hier ist noch keiner, hier ist noch keiner, hier ist noch keiner. Ja, passt auf, die kommen jetzt noch. Ey, Schuss, 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 Schuss. Yoshi. Ist bei dir einer? Bei mir ist einer, bei mir ist einer, bei mir ist einer, bei mir ist einer. Zumal,inelä, Alter. Geil, ist komm. Fire –اح. Wie,까요? Wie, Fauna? Wie, hauell hachst ich, Ngann. Erst wird dir nach weiter. Ich hab noch ein paar Waffen bekommen. Hey, der kommt hoch, der kommt hoch. Der ist hier in der Sichtwüttelo Bein. Schön. ach, die naquiete. Aber der war alleine, hab man gesehen. Ach, da unten. Bro, was machst du denn da? Ey, Udi! Was hast du denn unten gesucht? Oh, ey, scheiße! Ich war... Oh, wieder, ich war am Tier. Oh! No! Ah, komm, ich mal so kristille rein, komm, ich muss nachreden. Ja, ich bin nachgedacht. Ja, die hohe nichts Hearing. Ja, ich kann ganz... Ja, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe... Mann! Du bleue Schnipfel! So man, dich mal verk Parteien, du bulkere Kaiererei! Komm ich weg. Ich bin in der Lobby. Ich komme auch zur Lobby. Ich bin in der Lobby. Boah Junge, ihr seid so widerlich, ne? Neues, Tinder für, what? Nein, Digga, zweites Tinder ist immer noch TikTok, habe ich dir doch gesagt. Ja, wollte ich doch sagen. Digga, so viele Leute, die auf TikTok befreundet sind, sind auch schon widerlich. Du weißt, wo gerade die TikTok auf? Man kann das Wort von Dominik am Stream hören. Ey, passt mal auf, ich habe eine Idee, wir müssen dazu kreativ. Und zwar gibt es eine Map, wo man sich free Vibas kriegen kann. Und das geht. Ich habe da schon einmal ausprobiert, wie das funktioniert. Du kriegst dann so einen Code und den Kino eingeben, dann kriegst du die Vibas. Da müssen wir ganz kurz ins Kreativ rein. Einen, jemand, Dr. Er sagt jetzt... Was ist, was ist mit Dortmund los? Was ist denn mit Dortmund? 4-0 gegen Hoffenheim. Auer. Und einzig im Klappbach. Geniärter. Ich hab schon, äh, Kreativ rein gemacht. Man lasst gleich mal so ein bisschen Teams spielen, also Kreativ-Lust. Wer von euch hat zwei FA? Ich habe nichts verstanden. Ich habe hier zwei FA dabei. Hast du zwei FA? Ja, Mann. Check mal auf er rein. Ich wusste das, das kam nicht. Wo sind wir denn? Nein, zwei Minuten sind zwei. Wir sind noch nicht mal drei Tage. Wir sind noch nicht mal drei Tage, wir sind Freunde. Dann kann ich kümmer machen. Ich glaube nicht, dass wir drei Tage im Shop bleibt. Also den zwei Euro? Den zwei Euro? Ja. Zwei Euro? Das ist Ehre. Ich mache kein Ehre, Junge. Ich habe heute 1.000 Bebacks verloren. Warum? Du kannst die Kreise Rüttel nicht machen. Nee, nee, nee. Lass mich die mitmachen. Ja, mach jetzt so einen Narko. Fah, ich schaff jetzt gleich die Kurve durch. Jetzt geht die Polen nicht. Wir müssen wieder, oder? Ich muss mal kurz was machen. Du darfst nicht bei mir rein, okay? Nicht bei mir rein. Welcher Code? Welcher Code? Welcher Code? Okay. App Code 7? Ja. 6? Ja. 5? Ja. 2? Ja. Wie nochmal? 7, 6, 5, 2. Und das war's. Nein, nein, nein. 2? Genau. Jetzt 7, 6. 7, 6 nochmal. 8, 5. 8, 5. 3, 0. 3, 0. 4, 4. 4. Und... 4, 4. Und wenn ihr drin seid, sagt ihr mir Bescheid. Wir können... Wir können... Wir können... Wir können... Wir können... Wir können... Wenn ihr drin seid, bescheid sagen, wenn alle drin sind. Warte, lädt bei mir vor allem aus. Bei mir auch. Einfach mal nicht starten. Wir können... Wir können... Codes für deine Konsole. Die kannst du eingeben. Und das geht wirklich. Also ich hab das schon ausprobiert. Ja, okay, dann... Also für Konsole? Ja. Also krieg ich ein PSN-Code. Genau. Okay, damit beende ich den Stream, weil ich weiß nicht, dass mir der PSN-Code weggenommen wird. Also ciao.